Hast du mit dem Nachbarn tauscht? Ne, hat man auch schon versucht. Die sind einfach lustig geworden. Ja, die Nachbarn sind auch lustig geworden. Gott, war doch nicht so oft zu Hause, ne? Dann glaub ich, das ist logisch. Kann man ja verstehen. Der Karl ist total erkannt, ne? Ja, wie lange du das machst, ist der da auch nicht rein, ne? Ja, jetzt können wir was machen. Ja, jetzt können wir was machen. Ja. 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 Ja.